Das wird Millimeterarbeit. Danke auch an die Wittner Werkstatt, die auch mitgeht und auch das kulturelle Leben in Witten ganz, ganz intensiv begleitet. Und ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, da ist vorher jemand mit dem Zollstock hergegangen. Guck mal, das wird Millimeterarbeit. Das beachten Sie, das ist, glaube ich, gerade das einmalige 695 Jahre. Ich gucke mal nicht hin. Wir gucken nicht hin. Wir hoffen, dass es hält, aber das sieht gut aus. Wo ist Herr Wagner vor der Sparkasse? Der Torhund hält, der ist stabil. Manchmal ist es ein bisschen voll. Kommen Sie mal nach vorne. Wollen wir um, kommen Sie mal ruhig. Herr Wagner ist nämlich der neue Chef der Sparkasse. Herr Stratmann, das ist nämlich der Sponsor von TG Witten. Kommen Sie mit zu mir auf die Bühne. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ja, das ist Ihre erste Zwiebelkirmes. Und was sagen Sie dazu? Wiederholungsfähig jedes Jahr und mit Vorfreude. Und wie man gerade sehen konnte, hat die Sparkasse sich sehr flexibel gezeigt. Sie hat sich etwas angehoben, auf das der LKW durchkam. Wir sind also anpassungsfähig. Das ist richtig.